Wir protestieren gegen die steigenden Mietpreise in Berlin, die nun auch im neuen Mietspiegel, der heute vorgestellt wird, dokumentiert werden und die mittlerweile im Schnitt über 5 Euro pro Quadratmeter netto kalt liegen, was für viele Menschen nicht mehr bezahlbar ist. Für Berlin müsste auf jeden Fall als erstes ein Mietenstopp ausgesprochen werden, als zweites müsste wieder Wohnungsneubau initiiert werden, überhaupt stattfinden, und zwar breit und gefördert. Und als drittes müsste alles das, was der Senat hier als kommunaler politischer Gestalter machen könnte, wie Verbot von Umwandlung in Gewerberäume, von Wohnungen in Gewerberäume, Verbot von Umwandlung in Ferienwohnungen, also alles das, was den Wohnraum für die Berliner Bevölkerung zusätzlich verknüpft. oder mit diesem Haus ohne Herr der Löhre Davon steht ein Haus leer. Und vor ungefähr 5 Stunden ist dieses Haus besetzt worden. Da kommt es durch, Herr Roberts. Ja, die schweizische Truppe 5oile. Wer Lust habt, nachdem er hier auch die Politics informiert hat, in der Sicht zu geben, kommt alle hin, das wird eine Tofie geben und wir bleiben natürlich Im Parallel, das finde ich auch, dass die Lokomotive gesetzt worden ist, weil sie sich im Ton verabredet haben. Ich muss sagen, ich bin Anwohner hier und ich bin gestern Vater geworden und ich finde das sehr gut, dass hier eine Aktion in dem Haus ist, weil also für uns gibt es gar keine Chance, als kleine junge Familie hier Wohnraum zu finden und da wären 33 Wohnungen. Ich würde da sofort einziehen, aber es geht halt leider nicht. Deshalb finde ich das ganz toll, dass hier jetzt heute eine Aktion ist. Und jedes Jahr immer die Milchsteigerung und nichts wird gemacht. Ja, das ist schlimm. Genau so hier auch. Wird nichts gemacht, nur der Profit. Das ist für die Leute, für die Eigentümer wichtig. Sonst nichts. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, was der Senat macht, als sich um die Miete zu kümmern. Ja, das bringt nichts, weil der Senat sagt, das geht mir am Arsch vorbei. Nein, jetzt vielleicht, wo die Wahlen jetzt vorstehen, da wird es sich vielleicht ein bisschen, dass sie sich so drum kümmern. Aber das verleuchtet wieder im Sande. Die kümmern sich nicht drum. Und deswegen sage ich, also ich gehe nicht mehr wählen. Das ist alles nur die oberen Gewissen, wie viele sind, weiß man nicht, hier in Berlin, die den Reibach machen. Und der Senat kümmert sich nur um diese Leute, nicht um die Mieter. Ja, genau. Ja, Milch auch. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.